Psalm 14, dem Chorleiter von David Dummköpfe denken, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an und tun abscheuliche Dinge. Keinen gibt es, der Gutes tut. Jahwe blickt vom Himmel auf die Menschen herab, will sehen, ob einer dort verständig ist, nur einer, der Gott wirklich sucht. Doch alle haben sich von ihm entfernt. Sie sind alle verdorben. Keiner tut Gutes, nicht einer davon. Wissen die Bösen denn nicht, was sie tun? Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot, und zu Jahwe beten sie nicht. Doch werden sie mit Schrecken erfahren, dass Gott zu den Gerechten steht. Die Hoffnung der Armen wollt ihr zerstören? Doch Jahwe gibt ihnen sicheren Schutz. Wenn doch die Rettung aus Zion bald käme. Wenn Jahwe die Not seines Volkes wendet, wird Israel jubeln und Jakob sich freuen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020